ich muss es einfach noch mal probieren es muss doch mal was kommen irgendwas muss doch mal da muss doch auch mal hier das feature da 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 Oh, Double. Da sind noch 15 Felder frei da oben. Das wäre jetzt ein Witz, wenn da nicht eins reinkommt. Weiter. Mach mal zwei Vollbilder, wäre auch cool. 800 Euro. Da oben steht es. Oder wenigstens ein Vollbild. Mach mal ein Vollbild jetzt. Komm, hau ein Vollbild raus. 400 Euro. So, komm. Auf jetzt. Gib dir mal was Mühe. Jawoll. Geil. Super. Das kommt gut. Weiter jetzt. Mach noch was. Oh, da oben noch was rein. Schade. Das genießen wir mit langsamer Animation. Auf in den NDR! Ja, wir haben jetzt schon wieder. Die Wiedersprung. Die Wiedersprung. Wahnsinn, super! Super! So, jetzt kann Triple Spin to Win auch mal einen Maxi-Bonus mit 100 AGs hinterher schießen. Auf jetzt! Das Spiel muss auch mal was machen. Jetzt können wir mal ein bisschen höher gehen. Vielleicht mag das Spiel eher auf höheren Leveln was machen. Puh, da ist ja ein Abendessen gesichert. Kommen jetzt meine 50 Euro. Hau ihn raus! Das gibt's nicht. Könnt du mit dem Automaten reden? Ja, ich kann mit dem reden. Ja, viel Spaß! Macht Spaß! Macht Spaß mit dem Automaten zu reden! Wie man sieht, ich habe Erfolg mit dem Reden. Nein! Komm, hoher aus! Das liebe ich immer so, gewisse Leute. Tschüss! Ciao! 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 Also reden mit dem Automaten hilft, wie ihr seht. Wer lacht jetzt mehr, er oder ich? Trotzdem muss ich mal einen Brake machen. Alles gleich. So, jetzt bräuchten wir trotzdem mal das Feature. Muss doch mal das Feature pumpen. So, jetzt bräuchten wir trotzdem mal das Feature pumpen. So, jetzt bräuchten wir trotzdem mal das Feature pumpen. So, jetzt bräuchten wir trotzdem mal das Feature pumpen. So, jetzt bräuchten wir trotzdem mal das Feature pumpen. und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020